Allerdings möchte ich erst mal vorher, weil ich das jetzt gerade erst hier gesehen habe, dementsprechend, das werde ich nachher rausschneiden, für YouTube entsprechend ganz, den oder das neue, neue Informationen entsprechend dann mal mit reinpacken. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, ich habe eben gerade nur die wunderbare Überschrift gesehen für Update für den Munitionsumwandler, Lieferantenangebot und mehr. Dann schaue ich mal, wie viel das ist, ob sich das überhaupt lohnt dann für YouTube dann zu schneiden. So, okay, das ist schon mal ziemlich groß und dings, aber egal. So, warum ist das so groß? Warum haben wir die Überschrift so fett gemacht? So, hallo mal wieder bei aus dem Volt. In dieser Woche informieren wir euch über kommende Änderungen beim Munitionsumwandler. Wir starten eine neue Testphase auf unserem öffentlichen Testserver. Es gibt neue Lieferantenangebote und wir heißen den Mitgliedern von Export Game Pass bei Fallout 76 willkommen. Hier findet ihr alle Details. Bevorstehende Verbesserung beim Munitionsumwandler. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil das war ja kacke. Ist immer noch kacke. So, seit der Veröffentlichung sichten viele das Community-Feedback, genau. Also, da haben die scheinbar auf das Community-Feedback reagiert. So, der Munitionsumwandler wurde als Hilfsmittel konzipiert, dank dem ihr während der Spielzeitbeutung Munition und bla bla bla, genau, umwandeln könnt und so weiter. Das wissen wir ja alles. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wollen die denn verbessern? Mehr Munition pro Umwandlung. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Wir erweitern die Option, um die Möglichkeit, die 10- bzw. 100-fache Menge Munition umzuwandeln, was bei größeren Mengen viel Zeit spart. Ja, aktuell ist es so, man klickt hin und her, bis und geht nicht mehr. Und das ist wirklich immer nur eine wirklich kleine Menge, die man da umwandelt. Das bringt nichts, das lohnt sich nicht. Ich war da zweimal mal dran. Für Notfall kann man das mal machen. So, weniger, was? Genau, weniger Knöpfchen drücken. Das ist das, was ich meine. Kauf und Verkauf werden direkt in die Terminenseite jedes Munitionstyps eingebunden, wodurch ihr euch beim Umwandeln von Munition durch ein Bildschirm weniger klicken müsst. Ich habe gerade überlegen. Durch ein Bildschirm weniger klicken müsst. Genau, man muss erst mal auswählen, was man schwere Munition und so weiter. Dann kommt man zu den... Na ja, mal gucken. So. In Kombination mit dem größeren Umwandlungsmengen bedeutet, dass ihr bei der Umwandlung von Munition mit weniger Menüarbeit konfrontiert werdet. Ich kann schon nicht mehr reden. Man merkt, dass ich heute gearbeitet habe. Höhere Munitionspunktmaximum. Okay, die werden auf 100.000 erhöht. So, dann hoffen... Na ja, schauen wir mal dementsprechend, ob das mit den Munitionsumwandleitern besser wird. Wenn ich das erste Mal dran war, habe ich nur gedacht, scheiße. So. Okay, Xbox interessiert mich nicht. Ich spiele PC. Okay. Vielen Dank.